Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir haben in der Region Hannover in Bezug auf Corona eine positive Veränderung. Der Inzidenzwert ist jetzt seit fünf Tagen unter 50. Damit ändern sich die Vorschriften in der Landes-Corona-Verordnung. Was passiert? Es entfällt jetzt die 3G-Pflicht in zahlreichen Bereichen. Beim Sport kann das sein, in Schwimmbädern. Es kann auch sein, dass das für Restaurants eine Veränderung gibt. Ich empfehle Ihnen, wenn Sie in diesen Bereichen tätig sind, dass Sie sich einmal die Vorschriften durchlesen und gucken, welche Erleichterung es gibt. Ein wichtiger Teil ist auch, dass es die Beschränkung von dem Privatbereich nicht mehr gibt, allerdings durchaus noch die Pflicht, Kontakte zu erfassen. Ich empfehle Ihnen aber auch, soweit Sie verantwortlich sind, dass Sie die 3G-Regeln vernünftigerweise weiter betreiben, denn der Schutz ist natürlich größer, wenn Sie wissen, dass die Menschen, die näher zusammenkommen, auch wirklich geimpft, genesen oder getestet sind. Das ist etwas, was sehr viel besser hilft und vielleicht auch die Freiheit größer werden lässt. Also eine gute Nachricht. Die Inzidenz ist seit fünf Tagen unter 50. Die Empfehlung, gucken Sie weiter, dass Sie sich und Ihre Angehörigen nicht gefährden. Überlegen Sie selbst, ob es sinnvoll ist, vielleicht eine Maske zu tragen und wenn Sie Verantwortung als Unternehmerin oder Unternehmer tragen für Veranstaltungen, dann sind Sie natürlich auch weiter frei, die Vorschriften so zu lassen, dass das Risiko, sich zu infizieren, kleinert.